Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 31.10.2022. Damit haben wir ja doch noch einen Oktober-Handelstag im Monat. Und der Oktober kann ja nochmal zeigen, was ja momentan ja ohnehin bisher schon eine ziemlich starke Leistung war. Wir haben ja hier das Bild gehabt vom umkippenden Kanu am Freitag. Ihr erinnert euch, weil die Amerikaner so doll nach unten getreten hatten, insbesondere Amazon, und da mit 20% nach unten reingetreten hat. Hatten aber auch lange drüber gesprochen, dass so eine Momente im DAX halt auch gerne, also nicht nur im DAX, auch bei den Amerikanern halt gerne so eine Game-Changer-Tage sind. Und man da sehr, sehr, sehr genau hingucken soll. Wenn die einfach nur nach oben treiben, in das Gap rein und die Gaps zumachen und unser DAX hier irgendwie nur ein bisschen tiefer reinkommt. Wir hatten gesagt, 13.100 ist nochmal eine Marke zum Aufdrehen, 13.50 ist nochmal eine Marke zum Aufdrehen. Und der dann einfach hochdreht, Gap zumacht, muss man davon ausgehen, dass er weiter steigen kann. Wir hatten hier 2.95, im Premium hat man 3.50, ich weiß nicht, ob man in der Morgenanalyse, da hat man glaube ich auch die 3.50 mit erwähnt gehabt. Das waren noch Ziele auf der Oberseite und genau so ist es dann gekommen. Der hat einfach das Abwärtskett gemacht und dann haben die Amerikaner das getan, was sie sehr oft in solchen Momenten machen. Auch im DAX wurde das so gehandelt, wie es typisch eigentlich ist für so eine Momente. Und er wurde hochgezogen. Aber wir haben letztendlich, sagt der Lukas auch, hier noch immer eine Verkeilung vorliegen. Also egal, ob so wie gezeigt oder ich sag mal auch über die neue Achse, ist es noch immer eine Verkeilung und zwar eine bärische Verkeilung. Und da sollte man jetzt natürlich deutlich aufpassen, dass uns der DAX jetzt hier nicht den Flupp macht, weil ich sag mal, wenn sich das Ding nach unten auflöst, kann der gut und gerne erstmal wieder ein paar ganze Meter durcharbeiten. Und wenn eine bärische Verkeilung auflöst, kann das ja dynamisch erfolgen. Ich würde deswegen nicht Short gehen. Ich glaube, da haben so viele keinen Bock mehr. Wir sind immer mal darauf eingegangen, dass schon aus der Kerze heraus noch ganz, ganz, ganz viele Short offen hatten und nicht bereit waren, das zu realisieren. Die werden langsam am Rand ihrer Nerven sein und hier wirklich nah dran sein, ihre Position auch zu schließen. Daher sollte man sich zum Montag vielleicht schon auch darauf einstellen, dass nochmal so eine kleine Abstauberkerze nach oben kommt. Das kann sogar 15.500 werden. Dann wären wir so etwa an der Monatsvorkerze am Hoch, so etwa. Dass er da einfach kurz dran tippt. 5.23 im Extrem würde ich schon für realistisch halten zum Montag. Aber er muss gar nicht so hoch. Das wird auch reichen bei 13.400. Eine Stunde zur Seite, rumpummeln dort und dann eindrehen nach unten. Und dann wäre auch erstmal wieder ein Rücklauf denkbar. Aber wichtig ist, wer da Short handeln will, ganz klar auch erstens eindrehen, abwarten. Der muss Schwäche zeigen. Der muss wirklich Schwäche zeigen und eindrehen. Ansonsten sollte man sich nicht gegen Stärke aus Prinzip stellen, weil er jetzt drehen muss. Das kann ins Auge gehen. Dann steht er oben bei 13.700 am Dienstag und man hat hier gesagt, der muss aber drehen. Also rein so von der Technik, vom Herangehensweise, wie trade ich, er handle ich immer mit dem Markt. Nicht gegen den Markt. Das heißt, wenn ich unterstelle, dass er drehen muss, dann muss ich natürlich auch erst warten, bis er dreht und kann erst dann meine Erwartungen handeln und nicht vorher drin rumstochern. Von daher können wir das Video eigentlich hier jetzt ziemlich kurz machen. Das heißt, wir haben auf der Oberseite schon noch Chancen bis 3.91, 4.45, diese 500, 5.30 hier. So der Bereich 5.35, den auf jeden Fall merken. Das wäre so ein oberes Extrem, was ich sehen würde. Und dann könnte er sich von dort auch deutlicher Runde drehen. Und wenn er gar nicht großartig hier oben rumdrückt und direkt nach unten arbeitet, würde schon einen Stundenschuss unter 3.15 ein gewisses Rücklaufrisiko eröffnen. Definitiv. Und das könnte dann erst mal wieder auf die 200 zurückgehen. Dann würde er sich wahrscheinlich dort nochmal stabilisieren. Aber wenn er dann auch am Dienstag, Dienstagnachmittag aus unserem Keil unten rausmacht, dann heißt es definitiv Alarm. Und mit Long zurückstellen und auf Short-Seite aktiv werden. Aber wie gesagt, bis die Signale da sind, noch ein bisschen cool bleiben, zurücklehnen und im Zweifel sogar eher Long mithandeln. Das ist ganz wichtig zu betonen und hervorzuheben, damit man das nicht falsch liest oder falsch aufnimmt. Denn auch wenn wir hier auf Tagesebene gucken, sind wir ganz klar jetzt aus dem Abwärtstrend raus. Natürlich kann sowas immer ein Fehlausbruch auch werden. Aber Stand jetzt ist er erst mal raus und macht er weiter, ist hier oben der Bereich um 13.700 erst wieder wichtig. Das muss man einfach ein bisschen vor Augenhabe halten, wenn man das jetzt hier so betrachtet. Von daher wünsche ich schönes Wochenende, äh, schönes Wochenende, schönen Restsonntag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.